Ja, endlich mal wieder ein neues Massivholzprojekt. Ich habe hier so eine wunderschöne Buchenholzbode. Aus diesem Holz habe ich erst vor kurzem ein anderes Regal gebaut. Das müsste, glaube ich, auch schon auf meinem Kanal online sein. Auf jeden Fall wird das so, dass Holz sein, was wir heute benutzen werden. Denn wir werden einen kleinen Schrank für das Bad bauen. Und meine Mutter, die wollte unbedingt unten solche Kästen hier drin haben. Deswegen passen sich die mal so ein bisschen hier an diese Teile an. Ihr findet übrigens in der Videobeschreibung die Pläne kostenlos zu diesem Projekt. Also wenn ihr das nachbauen möchtet, habt ihr jetzt ein paar Maße dazu. Als Herzen hole ich jetzt mal hier meine große alte Bandsäge ein bisschen aus den Ecken raus. Denn die Bohle werde ich zuerst mal an der Bandsäge gerade aufschneiden. Und das funktioniert hiermit sehr gut. Abrichten funktioniert im Moment nicht so schön bei meiner Hobelmaschine. Und aus dem Grund verzichte ich da jetzt erstmal darauf. Die Bretter an sich sind jetzt aber eh schon relativ geplant. Ich möchte das Brett hier jetzt gleich noch in der Hobelmaschine direkt zum richtigen Kantholz hobeln. Und dafür müssen natürlich hier diese Seiten rechtwinklig zueinander stehen. Ein kleiner Tipp, den man hier anwenden kann, ist einfach jetzt das Brett einmal an der Tischkreissäcke zu schneiden. Dann haben wir schon mal eine Seite, die genau 90 Grad hat. Und dann haben wir schon so eine Referenzseite, die wir dann durch die Dicken-Hobelmaschine auch machen können. So einfach war es. Jetzt haben wir hier ganz viele Bretter. Ich habe in einem Schritt ein bisschen zu schnell einmal eben gearbeitet. Es wäre besser gewesen, wenn man erst das Brett in der Mitte aufgetrennt hätte und dann die Nuten reingeschnitten hätte. Es wäre ein bisschen gleichmäßiger gewesen. So muss man jetzt einfach ein bisschen mehr aufpassen, wenn man das Ganze später macht. Wird aber auch noch funktionieren. Jetzt lenken wir es erstmal auf die richtige Länge ab. Ihr habt es ja gerade gesehen. Schraubzwingen sind echt zu viel im Richtig Praktik. Wenn ihr vier gleiche Längen braucht, schneidet sie einfach zusammen ab. Und da kann eine Schraubzwinge schon sehr, sehr viel Hilfe geben, machen, bereitstellen. Das sind die senkrechten Posten. Und die habe ich noch ein Brett, wie gesagt, vom letzten Projekt. Und das werde ich mir jetzt auf die passende Dicke hobeln. Und werde dann hieraus erstmal die ganzen kleinen Streifen auch herstellen, die dann später die einzelnen Fächer herstellen, ergeben werden. Und hier haben wir schon die Zwischenzeit. Fichtenbretter. In so einem Rande, ihr könntet dieses Projekt auch ideal mit Fichtenbrettern aus dem Baumarkt machen. Wenn ihr keine Hobelmaschine habt, könntet ihr sie schon vorgehobelt holen. Dann müsst ihr nur noch die ganzen Streifen auf der Tischkreissäge herstellen. Und wenn ihr noch ein bisschen Geld sparen möchtet und habt eine Hobelmaschine, könnt ihr euch auch die sehr grauen Fichtenbretter holen. Das habe ich früher sehr, sehr oft gemacht und daraus auch sehr viele Projekte gebaut. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ich mal wieder etwas aus solchem Holz herstellen soll. Damit ihr dann auch nochmal so den Vergleich sieht oder einfach das Material, wie es aus dem Baumarkt aussieht. Sägerau, was man damit alles machen kann. Denn ich kann mir vorstellen, nicht jeder hat Buchenhardholz zu Hause. Aber jeder hat in der Nähe einen Baumarkt. Wir haben jetzt schon fast alle Teile, noch nicht ganz. Das hier sind die Zwischenböden. Darauf wird quasi später dieser Korb hier stehen. Aber ich werde gleich im Hintergrund dann nochmal ein paar weitere Streifen herstellen. Die werden nämlich unten drunter hier geschraubt, damit das Ganze auch irgendwo drauf liegen kann. Nur so am Rand vielleicht ist das für den einen oder anderen auch interessant. Ich habe mir mittlerweile angewohnt, dass ich die Streifen, die ich an der Tischkreissäge dann abschneide. Das sind ja oft dann hier solche Reststücke. Dass ich die einfach direkt hinter die Tischkreissäge hier in so einen Abfalleimer stelle. Und die holen natürlich viel zu viel Platz weg. Und aus dem Grund habe ich mir einfach angewöhnt, okay, alles was auf der Tischkreissäge anfällt, kommt erstmal hier rein. Und dann kann ich alle paar Tage oder je nachdem wie schnell sich das hier füllt, direkt an die Bandsäcke gehen und es kleiner schneiden. Das Schöne ist, dass ich hier einfach aus diesem Eimer das Holz holen kann und kann es hier direkt kurz schneiden. Das hat einfach den Vorteil, dass ihr eure Restholzkisten nicht gefühlt in zwei Tagen Feuer habt, sondern ein bisschen länger was davon habt. Und ihr seht, das mache ich mit relativ vielem Holz genauso. Ich habe jetzt alle Teile markiert und ich werde auch gleich an der Tischkreissäge erklären, wie man das trotz so vieler Einzelteile alles sehr, sehr gleichmäßig zuschneidet oder die Nuten einfach reinschneidet. Das werde ich hier zeigen. Und außerdem wirst du vielleicht schon gesehen haben, dass sich das Design doch jetzt noch ein bisschen geändert hat. Denn wir haben jetzt einfach hier zwei Fächer, denn hier oben das Fach wäre nur noch so klein gewesen und das hätte doof ausgesehen. Das ist wieder das beste Beispiel davon, dass vieles am Zeichenbrett cool aussieht, aber in der Praxis dann einfach nicht mehr so schön aussieht. Mir gefällt einfach die Optik mit zwei großen Kisten besser als mit einem ganz, ganz kleinen Fach oben da noch oder zwei kleinere Fächer oben. Aus dem Grund ist das schon ganz gut, wenn man das jetzt so in der Werkstatt noch so abändert. Als erstes werde ich jetzt das Kreissägeblatt wechseln, denn das hier ist ein Wechselzahnblatt und ich werde ein Flachzahnblatt benutzen. So habt ihr einfach keine schrägen Rillen dann in dem Schnitt. Im Grunde genommen müsst ihr eigentlich nur ein Brett oder eine von diesen Blatten dann genau markieren, damit ihr das dann an der Tischkreissäge einstellen könnt. Ich habe jetzt hier einen Anschlag und den habe ich jetzt so eingestellt, dass ich mit dem Zahn innen auf der rechten Seite genau anschließe. Diesen Schnitt werde ich später viermal machen, dann habe ich viermal an derselben Stelle den Schnitt. Mit diesem Holz hier werde ich dann so lang ohne Anschlag dann gleich rüber gehen, bis ich dann genau die passende Breite habe, dass das andere Holz dann hier genau reinpasst. Wenn ich das habe, werde ich mir einen Anschlag nehmen und werde einfach die restlichen Teile bis zum Anschlag rüber schneiden und habe dann auch wieder die genaue Position. Und das kann ich dann einfach nach dieser Methode weitermachen. Ich benutze auch in dem Fall wieder meinen guten Rohrschraubzwingen, um das Ganze erstmal zu verleihen. Das muss quasi nur kurz halten und später werden wir das Ganze eh, also diese Leimverbindungen, werden wir später eh mit Holzdübel nochmal sichern, damit es auch nochmal ein bisschen stabiler sein wird. Bevor ich die jetzt verleimen werde, werde ich sie aber erstmal schleifen, denn sonst wird das später fürchterlich zu schleifen. Ich werde diese Teile an meinem Kantenschleifer schleifen. Das funktioniert gut und vor allen Dingen richtig schnell. Als nächstes können wir die Teile endlich mal verleimen. Auch hier werden wir später die Holzverbindungen mit Holzdübeln wieder stabilisieren, denn diese reine Leimverbindung würde nicht ausreichen, um das Ganze zusammenzuhalten, denn das ist einfach Stirnholz auf Längsholz und das hält nicht wirklich. Speziell hier oben, da hat es auch keine Pressung. Da müssen wir später auch schön vorsichtig arbeiten. Jetzt schön darauf achten, dass wir alles ausrichten. Ich brauche jetzt ein 8 Millimeter Forer, denn wir werden jetzt noch den Raben getrunken, ich will den Verstärken. 8 Millimeter, passt. Dafür markiere ich mir jetzt erstmal die Mitte. Jetzt können wir das auch schon bohren. So, an diese ganzen Löse hier kann ich jetzt Holzdübel geben. Die werden das Ganze schön stabil machen. Ich habe hier gerade einen Parkside Akkuschrauber benutzt. Die Leute, die mir länger auf YouTube folgen, wissen, dass ich normalerweise Makita Akkuschrauber benutze. Auf jeden Fall macht mein Makita Akkuschrauber, der macht langsam so ein bisschen, der macht langsam den Geist aus. Der funktioniert langsam nicht mehr so richtig gut und dann habe ich das auch so ein bisschen als Gelegenheit benutzt, hier den Schrauber zu benutzen. Ich habe noch einen Schlagschrauber, den werdet ihr gleich sehen und ich habe noch einen anderen Schrauber. Da freue ich mich mega drauf, denn der ist einfach super zum Drechseln, wenn man mit dem Spitztier was schleift. Ich werde den die nächsten paar Wochen so ein bisschen benutzen und dann kann ich euch einfach sagen, wie ich ihn finde, denn Werkzeugtests gibt es bei mir nicht. Ich packe euch ein paar Links in die Videobeschreibung, dort findet ihr die Teile. Den hier habe ich nicht im Geschäft geholt, den habe ich online einfach bestellt und yes, den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Ich habe jetzt gerade hier die Holzdübel, die habe ich als erstes Plan gefräst mit der normalen Oberfräsung, habe danach alles einmal nochmal überschriffen, dass man da keine Spuren sieht und als nächstes werde ich dieses Teil hier erstmal finishen, damit wir dann später die späteren Streben drauf machen können und uns dann nicht zu viel Probleme selbst bereiten, wenn wir das finishen wollen. Ich benutze hier wieder das normale Wachs, finde ich, einfach weil es einfach einfach ist. Nach dem Motto arbeite ich immer ganz gerne und das hat schon jetzt hier überall einmal drauf. Ihr seht, ich habe jetzt das Teil schon ein bisschen zusammengeschraubt, jetzt werde ich euch aber mit der Kamera wieder mitholen und es ist immer grundsätzlich relativ praktisch, wenn man so in der Holzwerkstatt ist, wenn man zwei Schrauber hat. Dann kann man auf dem einen Schrauber nämlich immer den Bohrer, beziehungsweise den Senkbohrer dann drauf lassen und kann mit dem anderen Schrauber dann schrauben. Ich benutze ganz gerne Schlagschrauber. Das bedeutet einfach, dass man hiermit so theoretisch nicht bohren kann. Man kann natürlich auch damit bohren. Der hat aber auf jeden Fall immer einen dauerhaften Schlag und so könnt ihr die Schrauben echt ziemlich gut reinbekommen. Und ihr habt mir auch gesagt, dass die Teile extra dafür gedacht sind, wenn die Schrauben sehr, sehr lang sind und man dann quasi ein sehr, sehr großes Drehmoment mit einem normalen Schrauber festhalten müsste, verändert halt eben auch dieser Schlag, dass man sich das Handgelenk rausdördelt. Dördelt. 2020. Von Philipp Ponta. Definition, sich das Handgelenk rausschlagen. Diesen Schrauber hier habe ich jetzt schon ein bisschen länger. Den musste ich erstmal wieder vom Vater zurückholen. Früher habe ich ihm das Werkzeug weggeholt, jetzt holt er mir das Werkzeug weg. Der hat nämlich damit die Küche auseinandergebaut. Auf jeden Fall habe ich damit schon relativ viel an der Drechselbank gearbeitet. Da ist nämlich das Praktische, der ist schön leicht und klein und der hat hier unten nicht diesen großen Vorbau. Ich habe damit mich eine große Holzschale gedrechselt, und da habt ihr mit einem normalen Schrauber, angenommen, das ist ein Akkuschrauber, kein Schlag, Akkuschrauber, das muss ich überlegen, da habt ihr nämlich hier den Nachteil, dass ihr mit dem Akku bei sehr, sehr großen Schalen dann gegen die Schale brillt und da habt ihr das Problem, habt ihr mit so einem kleinen halt eben nicht. Ich habe jetzt noch ein paar weitere Buchenleisten, die habe ich auch schon vorgefinisht. Oh, die müssen wir so oben dran. Das wäre jetzt blöd gewesen. Ich glaube, ich könnte mal Riesenhänger bauen. Das wäre ganz witzig. Wenn man den Schrauber jetzt benutzt, dann merkt ihr auch diesen Schlag. Und so müsst ihr halt eben nicht dagegen halten. Das ist echt super cool. Ich habe jetzt hier eine Distanzleiste hergestellt, die mache ich hier einfach dazwischen. Das ist genau ein Zentimeter. Und davor sollte ich noch Löcher vorbauen. Das wäre vielleicht praktisch. Und als nächstes hole ich mir dann hier dieses Teil und lege das hier passend hin. Das ist einfach ganz so. Ich glaube, jeder Schreiner oder jeder, der das hier von außen sieht, denkt sich, alter Junge, spann das doch fest. Das ist doch kacke. Aber es funktioniert. Houston, we lost the screw. The screw is away. Jetzt kommt auch schon die obere Seite und dann machen wir quasi einfach dasselbe. Und da ist das Projekt auch schon fertig. Also mir gefällt es richtig. Oh, da muss ich noch eine Schraube nachziehen. Das geht so aber nicht. So, das Projekt ist fertig. Sieht richtig cool aus. Würde ich empfehlen, wenn ihr das nachbaut, schaut wirklich, dass hier diese Boxen sehr, sehr eng anliegen. Weil dann sieht das wirklich aus, als wenn innen nochmal eine extra Wand drin wäre. Und es sieht einfach nicht so lose aus. Ja, genau das, genau das. Oh mein Gott. Wie gesagt, die Pläne findet ihr in der Videobeschreibung, wenn ihr das Ganze nachbauen möchtet. Ein sehr, sehr cooles Projekt. Ihr könnt hier diese Bretter, die müsst ihr halt wie gesagt nicht selbst herstellen. Ihr könnt die aus vorgehobeltem Holz aus dem Baumarkt holen. Das gibt es auch. Und so könnt ihr euch einfach einen schönen kleinen Beistellschiff bauen. Oder fürs Bad. Oder wo auch immer ihr es dann hinstellen möchtet. Schön, dass du bis jetzt am Video drangeblieben bist. Kannst ja in die Videobeschreibung schauen. Da sind ein paar Sachen verlinkt zu diesem Projekt hier. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen ganz, ganz tollen Tag. Und sage bis zum nächsten Video. Hallo. Bis zum nächsten Mal.